Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Leute, heute mit einem Würstchen-Spiel und zwar Silly Sausage, ein Grillspiel oder 10 Grillspiele. Und was kann man denn, kann man hier grillen? Das ist doch keine richtige Wurst, oder? Nein, das ist keine richtige Wurst. Wir müssen hier bestimmte Sachen bei Silly Sausage machen und zwar entweder stretchen, umdrehen oder auch pieksen oder auch shaken oder auch düppen irgendwie auf die Hand. Und das 5 Moves am Sizzlen ist ab 7 Jahren geeignet. The Super Speedy Sausage Reaction Game. Ah, ein Reaktionsspiel, sehr gut. Also so kann man es auch zusammenfassen, ein Reaktionsspiel, was wir heute auch schon testen werden. Wir werden das Ding natürlich auch vor der Kamera vor euch testen, Leute. Und wenn euch dieses Spielset hier jetzt schon gefällt, gerne jetzt schon einen Daumen nach oben, Leute. Wir brauchen zwei Batterien, ich glaube... Silly Sausage! Silly Sausage! Komm on, play with me! Poke me! Can you stretch me? And dip me! Was? Keine Ahnung. So, werden wir gleich jetzt nochmal testen. So, Play Modes, Single, Party und Turbo. Come on, play with me! Ja, gleich. So. Ach, das ist ein... Ha! Eine, äh... Ja, veganer... Äh... Ein veganes Würstchen und zwar Meat Free Silly Sausage. Ohne Fleisch. Aber das Ding kann man nicht essen. Es gibt Single Turbo Party, Turbo Party und Single. Wir werden gleich mal Single vielleicht testen. Äh, can you keep up with me? Please tell me the music stops. Dann follow my moves. Last, Perry. Ah, es gibt hier Banger, Jumbo und Chipolata. Äh, ein bisschen komisch. Insgesamt zehn Spiele. Ah, okay. Vier. Ja, genau. Hiervon gibt es vier... Äh, viermal... Viermal. Hiervon zwei. Und hiervon auch vier. Hier gibt es auch Party Turbo. Ja gut, werden wir jetzt vielleicht mal testen. Ich packe das Ding jetzt erstmal aus, ne. Wir haben jetzt Silly Sausage befreit. Und hier ist jetzt auch nochmal die Bedienungsanleitung. Pokes you once. Ich will mal den Party Modus. Dafür muss ich ihn zweimal drücken, Leute. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Nein. So, vielleicht müssen wir das... Eins. Zwei. Party. Party, genau. Ja. Was? Twist me. Dip me. Ah. Oh no. Das war doch Dip me. Ich bin nicht der Schlechteste. Ja. Das ist ein neuer Highscore. Nein, oh nein. Endlich. Was? Wie der dann auch immer schreit. Du bist der Schlecht. Nein, bin ich nicht. Deine Score ist 1. Poke me to play again. Poke me. Stretch me. Dip me. Poke me. Shake me. Was? Pass me. Dip me. Stretch me. With me. Dip me. Shake me. Pass me. Dann müssen wir jemand anderen geben. Stretch me. Stretch me. Dip me. Dip me. Stretch me. Push me. Pass me. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Give me. Give me. Shake me. Ah. Ich hab noch geschakt. 18. Aber wie er das kommentiert, ist echt cool. Muss ich wirklich sagen. Also es ist echt mega fun. Wir kennen so welche Spiele ja schon, aber... Tü-tü-tü. Stretch me. Poke me. Ah. Nein. Mann. No. You're the worst. So, was gibt's denn noch hier? One. Poke me. Tap fight again. So, äh, was denn, wenn wir dreimal drücken? Twist me. Nein. So. Mach nochmal an. Silly sausage. Zwei. Drei. Chipolata. Turbo. Turbo. Okay. Poke me. To start. Poke me. Stretch me. Dip me. Shake me. Stretch me. Dip me. Shake me. Skip me. Stretch me. Pick me. Poke me. Ah. Nein. Nein. You're on a roll. Your score is 11. Okay. Versuch uns noch einmal in diesem Modus hier. Wird immer schneller. Stretch me. Stretch me. With me. Puck me. Ah. You grill me. Your score is 3. Mega cool. Ich versuch's nochmal. Shake me. Shake me. Ah. Ich hab noch. Ich hab, glaub ich, gestretched. Nee, ich hab, glaub, getwistet. Stretch me. Dip me. Stretch me. Poke me. With me. Ah. Nein. Das war falsch. Okay, Leute. Silly sausage. Your score is 4. Sehr, sehr cool. Poke me. To play again. Wir lassen es jetzt. So. Silly sausage. Wirklich ein sehr, sehr cooles Spiel. Ein cooles Party-Spiel. Wirklich. Und wie er das kommentiert. Sehr, sehr gut gemacht. Äh. Von John Adams ist das. Hab ich, glaub ich, noch gar nicht gesagt. Leute. Und wenn's euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Wenn's euch gar nicht gefallen hat. Daumen hoch. Gar kein Problem. Aber lasst doch ein Abo da. Für Silly sausage hier. Silly sausage. 2, 3. Ich mach noch ne Runde. Chipolata. Turbo. So. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ja. Poke me. To start. Wir sehen uns, Leute. Puck me. Ah. Ah. Schon falsch. Oh no. Ich muss noch üben. You're the worst. Ja, ich weiß. Tut mir leid. Ciao.